Was könnte wohl wichtiger sein, als ein kleines bisschen zu naschen? Oder vielleicht ein kleines, größeres bisschen? Nur keine Angst, mein Bäuchlein, ich weiß genau, was zu tun ist. Ein Bubär denkt stets an sein Bäuchlein, nichts anderes könnte wichtiger sein. Ein Bubär gibt Acht auf sein Bäuchlein, drum füllt er gern Honig hinein. Wenn's Bäuchlein schon rumpelt und koppelt, hat Puh nur noch eines im Kopf. Ja, jetzt wird geschleckt, jeder Tropfen muss weg, solange doch was drin ist im... Oh, Tropf! Ein Bubär denkt stets an sein Bäuchlein, sonst wird's ja ein grimmiger Bauch. Ein Bubär gibt Gute Nacht auf sein Bäuchlein, er weiß, was sein Bäuchlein jetzt braucht. Es wird ganz bestimmt sehr erfreut sein, wenn ich hör auf sein hungriges Flehen. Gibt es keinen Honig, bringt es sowieso nichts, vor leeren Töpfen zu stehen. Dann besuchen wir halt die Freunde im Wald, denn dort gibt es Honig fürs Bäuchlein. Wirst sieh! Wirst sieh! Untertitelung des ZDF, 2020